Soldaten zählen also nicht als Leute. Tut mir leid, ihr sollt da hoch. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Vielleicht auch nicht unbedingt. Rücken aus. Nein, wäre wohl eher richtig. Okay. Mehl fängt auch schon an. Oder die Mehlproduktion hat auch schon. Eine Botschaft der Ratte. Oh, wir ziehen uns also zurück. Das wird euch jetzt auch nichts mehr nützen. Ja. Wir benötigen Holz. Bin zur Stelle. Kann man schon irgendwie klar, dass wir Holz brauchen. Dann hoffen wir mal, dass das keine Fehlentscheidung hat. Ja. Eure Befehle sind auf dem Weg. Bin zur Stelle. Unerreichbar. In Bewegung. Ja. Rücken aus. Zumindest ein wenig. Bogen schützen bereit. Zumindest ein wenig. Bogen schützen bereit. Bogen schützen bereit. Ja. Ja. Das Problem ist eben, die greifen gerade die Fußsoldaten nicht an. Ja. Bogen gespannt. Visier an. Versch. An. Zähl angepeilt. Ja. Na komm schon. Pfeile bereit. Hm 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 hm. Gut. Zeit, den Sire loszuschicken. Oh. Zähl. Bogen. 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 Oh. Oh, der eine Bogenschütze hält sich noch. Ah, jetzt wird er auch sterben. Jetzt müsste er eigentlich langsam sterben. Das macht der Sire. Der klettert hier hoch und da runter, oder was? Naja, gut. Wenn er es so haben will. Was ist eigentlich das Sire? Ah, da. Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, mein Lord. Wo sind denn die ganzen... ...Sperrträger, die hier eigentlich waren? Also, hat es tatsächlich funktioniert? Sollte ich die hier vielleicht ein bisschen besser verstecken? Aber soweit ist der Plan ja eigentlich jetzt ganz gut aufzugehen. Jetzt nochmal kurz... Oh. Die Hälfte der Zeit ist schon rum. Hehe. Ist natürlich nicht so gut. Dann wäre das wohl angebracht. Wir benötigen Gold. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Stimmt, 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 stimmt. Ein bisschen hoch, diese Steuern. Dafür habt ihr volle Bäuche, oder? Das sollte euch reichen. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Oh, es könnte auch gut sein, dass die eben jetzt hierher kommen. Hier entlang kommen. Bin zur Stelle! Ja, da muss ich mal gucken. Oh. Okay. Bogenschützen bereit! Hm. Oh, Moral sinkt. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ich produziere noch nicht genug Nahrung. Die Truppen der Ratte greifen an. Wow. Mein Bogen ist euer. Ähm. Rücken aus. Nein, 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 nein. Das Seier kann schon mal... ...kommen. Eure Befehle? Was angreifen wäre wohl sinnvoll. Bin zur Stelle! Visiere an! Hm. Ja! Okay, anscheinend interessiert mich das Ganze deswegen. Ich gucke jetzt erstmal... Bogenschützen bereit! Ähm. Mein Bogen ist euer! Pfeile bereit! Das ist eine ganze Menge an Pfeilen, die da gerade fliegen. Ähm, ich hoffe, mein Sire ist irgendwo... Oh, was machen die denn? Das sind Leiter-Heinies. Man rückt dem Lord zu Leibe! Mein Herr! Bogengespannt! Visiere an! Na, erstmal den da. Erstmal den Kerl da unten. Ziel angepeilt! Und dann die Truppe. Eine Botschaft der Ratte! Gewonnen! Gewonnen! Okay. Das war jetzt natürlich... Verschiegt! Eine Falle! Unsere Vorhut wurde wie Tiere niedergemässert. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Hm. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Bergfried. Ja, Kornspeicher. Oh ne, jetzt kommen ja erstmal die Verarbeitungsbetriebe dran. Also, die hier. Zweimal das Ochsenjoch davor. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Und Holzfäller. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ach so, ja. Moment. So, wo haben wir denn den Sire? Der muss sich gerade mal um den Bären kümmern. Und ich brauche... Erstmal vier davon und gleich noch hier welche. Also, so. Dann brauche ich noch... Nahrung. Davon kann ich mehr bauen. Kostet nur fünf. Brauchen aber wohl eine ganze Weile. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. So, noch ein paar Leute mehr. Davon kann ich... Wir benötigen Holz. Genug bauen eigentlich... Naja, gut. Ähm... Sekunde. Erstmal so, okay. Dann wird jetzt erstmal eine Mauer gebaut. Diesmal vielleicht ein bisschen weiter hinten. So, dass wir auch... Unsere Verstärkung da anbringen können. Äh... Da haben wir die Lücke. Okay. Ja, die müssen wir erstmal finden. Natürlich. So. Wie auch immer. Ähm... Ein Tor. Kommt natürlich jetzt... Mittig da hin. Hm. So, jetzt kann ich natürlich jetzt gerade noch Zinnen hier anbringen. Das schützt natürlich vor diesen Leiter-Heinis, denke ich mal. Na... So, jetzt habe ich keine Steine mehr. Schön. Oder nicht schön. Naja, gut. Der Ochsenhörer ist ja da. Ähm... Oh, die Holzvorräte sehen... ...recht gut aus. Kann ich ja noch... Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Diesmal ist Quantität wichtig. Also... ...möglichst... ...viel. Ähm... Demnach werden jetzt ja auch noch hier Jagdhütten gebaut. Weil die günstig sind. Und Essen liefern. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Noch genau genug Holz. Genau so viel Holz da, dass ich noch eine Hütte bauen kann für die nächsten Arbeiter. Was sind wir hier eigentlich mit der Geschwindigkeit? Machen wir es mal ein bisschen... ...schneller, bis wir hier wieder... ...irgendwas an Vorräten drin haben. Ganz wichtig ist natürlich dann in dem Moment Holz. Aber das kriegen wir ja... ...jetzt zu Genüge. Hoffe ich doch mal. Zwei Holz mittlerweile schon. Erstens 24. Und da kommt noch einer. Also... ...demnach wird das hier genug werden. Ähm... ...unterkünfte kann ich auch schon bauen. Die Waffenkammer... ...stelle ich hier hin. Ja, jetzt brauche ich Holz... ...und das Gold wird schon wieder ein Thema. Ähm... ...unser Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Hoffe ich doch mal. Obwohl, wenn ich jetzt noch... ...normale Rationen... ...wir benötigen Holz. Na ja, das sollte ja jetzt bald kommen. Hoffe ich doch mal. Oh ja, da sind zwei gleich fertig. Hier ist auch gleich einer fertig. Also... ...komm mal... ...zwölf... ...vierundzwanzig... ...sechunddreißig Holz. Wenn wir Glück haben. Also 47 insgesamt. Kommt eigentlich hin. 46. Ja, was soll's. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist das ja genug für einmal getragen.